So Leute, wir haben drei Collector Displays von drei sehr, sehr lieben Leuten. Einen Patreon, dem guten Lip Lab und Magic Woods. Diese beiden sind zwei Händler, die mir das zur Verfügung gestellt haben zum Öffnen. Ich gebe alles davon wieder zurück. Ich habe davon gar nichts, außer dass ich euch mit Content spielen darf. Und wir gucken uns heute mal eins dieser Displays an. Wir starten mit dem guten Lip Lab. Und damit gucken wir uns das Modern Ryzen 3 Collector Booster Display vom lieben Lip Lab an. Der liebe Lip Lab unterstützt mich ja schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Dementsprechend vielen Dank an dich an dieser Stelle. Wir machen mal dieses Display hier auf und gucken mal, was wir so Cooles ziehen können. Plastikmüll. Oh, ich sollte meinen Müll noch machen. Sekunde, eigentlich meine Mülleime unter mir. Ich muss das nicht nachher aufsummeln, es ist so großartig. Wir haben eine ganze Menge Modern Ryzen 3 Collector Booster. Ich muss gleich mal gucken, war nicht so, dass bei Modern Ryzen 2 irgendwie die Collector Displays nur so ein paar Booster beinhaltet haben? Irgendwer wird es mir in die Kommentare schreiben. Und wir gucken mal an, wir haben wie viele Booster vor uns? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Booster vor uns. Und wie immer, ich sage das immer so am Anfang, wenn ich so ein komplettes Display vor mir habe, bevor ich euch jetzt drei Stunden damit langweile, ich werde auf Karten eingehen. Ich werde auf coole Karten eingehen. Ich werde euch ein paar Sachen erzählen, zu Sachen, die ich einfach mag. Werde aber jetzt nicht jede Karte einzeln vorlesen, wie ich das früher gemacht habe. Hier mal gucken, gibt es hier oben so einen Pull Trap? Manchmal haben die ja hier so einen... Ne, haben die nicht. Ha. Ha. Zumindest aufgekriegt. Und jetzt kommt die Frage an, wie rum die Sache ist. So, also gut. Wir haben Dog Umbra. Uh, Cranial Ram. Das ist zum Beispiel eine Karte. Zwei Mana Equipment für zwei und Living Weapon. Und die Equipte Kreatur kriegt plus X plus 1, wo bei X die einzelne Artefakten ist. Und die ist im Pauper gebannt worden, noch bevor das Set rauskam. Ein Foiling. Sehr, sehr hübsch. Dann... Ui. Ganz cool. Sneaky Snacker. Der Name. Sneaky Snacker. Okay, dann haben wir einen Shadow... Shadow Spinner. Ein Horror. Was? Was? Das ist stark. Dann haben wir einen Bolt mit Replicate. Das ist nicht schlecht. Dann Bird Alive in Foil. Uh, die Karte, glaube ich, wird in Modern richtig cool, weil mit ihr kann man tatsächlich Phönix in den Friedhof tun und kann damit Phoenix im Modern spielen. Ich glaube, das ist ganz cool. Dann haben wir die Mountains. Die Länder sind wunderschön hier mit den Eldrasis im Hintergrund. Oh mein Gott, sind die hübsch. Das ist wirklich hübsch. Dann haben wir einen Null Elemental Blast in Old Border. GZ. Nice, nice, nice. Sehr coole Karte tatsächlich. Dann haben wir einen Monstrous Vortex in Foil. Okay. Uh, Echoes of Eternity, auch in Foil. Kindred Eldrasi, 6 Mana Enchantment. Und wenn ein Colorless Spell getriggert wird, triggert er doppelt. Und immer wenn wir ein Colorless Spell spielen, kopien wir ihn nur Targets. Geil. Geil. Sunken Place. Ein ganz gutes Land tatsächlich. Für, für, für Blau. Bloodstained Maia in Extended Art. Fetchlander. Sehr gut. Immer gut Fetchlander. Oh, Flooded Strand Nummer 2. Sehr, sehr gut. Und Ride of the Reliquary. Nee, Ride of, wait, 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 what? Englisch. Ich bin ganz schlecht da drin. Of the Reliquary. Ja, ist ganz cool. Summer Night 2, 2, Wachsamkeit. Und ein anderer Night of the Reliquary. Ruxian Germ. Kraken. Und Gib ihm. Mega. Sehr, sehr cooles erstes Display, wenn ihr mich fragt. Muss ich einfach sagen, ich bin da sehr, sehr hyped zu. Und sehr hyped, was die, was die Karten einfach angeht. Weil sehr viele dieser Karten werden gerade sehr viel getestet. Und es macht sehr viel Spaß, das dann auch zu öffnen und Karten zu öffnen, die man effektiv spielen kann. Anders als diese Drossclaw. Luzian Witness, auch eine sehr teure Karte geworden, habe ich mitgesehen. Also wenn es teuer in Anführungsstrichen. Für den Ding. Uh, Wayscap Battlemage. Sehr gute Karte. Meltdown und Foil. Dafür hätte man früher sich Beine ausreißen müssen. Beine. Ich sag's euch. Beide. Ui. Sung into Starboard. Tatsächlich die eine der, 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 ach, was ist das denn? Wizards. Jetzt curlen sich schon die, die Double-Sided Foils. Die früher die einzigen waren, die sich nicht gecurlt haben. Wow. Ja. Sink into Starboard. Dann kann man ein Non-Land-Permanent oder ein Spellzug auf die Hand geben, was sehr, sehr stark ist. Und eben ein Land auch draus haben. Sehr, sehr gutes Ding. Dann haben wir noch ein Island. Hier findet man hier hinten wieder einen Eldrasi im Hintergrund. Sehr cool gemacht mit dem Eldrasi im Hintergrund. Priest of Titania. Ein Ding, was ich nie gedacht hab, dass das in Modern kommt. Grim Servant. Auch eine sehr gute Karte. Phryxian Tower in Foil. Oh mein Gott. Was ist das für ein Display. Wow. Mega. Mega, mega, mega. Wenn ihr Cuts hört, ich hab immer noch das Fenster offen. Es ist unendlich heiß in Deutschland bei mir gerade. Und ich hab das Fenster noch offen. Da fährt manchmal ein Auto dran vorbei. Ist tut mir leid. Normalerweise cutte ich nicht bei Videos, wo ich öffne. Hier werde ich cutten müssen, weil die anderen Autos vor der Türkei sind. Aber ich hab die Wahl zwischen dem Ventilator, der dauerhaft so ein Geräusch macht. Oder den offenen Fenster. Ich glaube, die offenen Fenster bevorzugt man. Da macht man Cuts. Ihr müsst mir einfach vertrauen, dass ich da keinen Quatsch mache, wenn wir hier was richtig cooles ziehen. Was wir aktuell tun. Das sind tatsächlich die ersten Booster. Die und die anderen zwei Displays, die ich hier aufmache. Dementsprechend. Uh. The Undertaker. Layla. The Blade Forged. In hier diesem komischen Commander Legends Gedöns. Dress Down in Old Border. Oh mein Gott. Ich kenne jemanden, der da ganz, ganz hart Bock drauf hat, glaube ich. Aber die ist ein bisschen, die ist ein bisschen abgefragt hier oben. Seht ihr das, wie abgefragt die Karte einfach ist? Auch hier unten. Sau dreckig. Hm. Unangenehm. Und Ozzelip Pride. Eine sehr coole Karte. Und dann auch noch in dem schönsten Artwork. Das wird Commander Katzenspieler freuen. Sehr gute Karte. Sehr, sehr gute Karte. So. Zweite Booster. Wir kommen nicht wirklich voran. Ich merke das schon. Wir sind etwas langsamer. Wie sonst. Was einfach daran liegt, dass dieses Set so unendlich geil ist. Oh mein Gott. Ich liebe das Set. Aber es ist viel zu teuer. So. Ein Slith. Harvest. Nichts cooles. Real Worm. Tatsächlich. Eine coole Karte. Die war früher mal richtig Geld wert. Ist jetzt endlich mal geprintet worden aus dem Commander in Foil. Aber nichts mehr wert. Legion Leadership. Mountain. Strike at Ridge. Okay. Gewannik. Windsweptief. Noch ein Foiland. Sehr, sehr cool. Atta Raffinerie. Okay. Nice. Ripple of the Undead. Eine ganz, ganz lustige Karte. Tatsächlich. Weil man damit einfach eine Menge Karten millen kann. Ja. Es ist sehr cool. Psychic Frog. Der Modern Legacy Stable. Da gerade rumfliegt. Sehr cooles Artwork. In Non-Foil. Und Ulamog the Defiler. Mana in Edged Foil. 10 Mana, 7, 7. Wenn du diesen Spell castest, exilt jemand die Bibliothek der Hälfte. Ward mit Sacrifice to Permanence. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kannst du eine beliebige Anzahl an den Plus 1,1 Marken verteilen. Gleich der höchsten Mana Kosten. Hat Anilator X. So will X die Anzahl an den Plus 1,1 Marken auf. Bis. Was? Ah ne. Mit einer Plus 1. Ne. Mit einer Nummer plus 1,1 Marken. Gleich der Höchstman value. Ach du. Schande. Ja. Ulamog the Defiler. Edged Foil. Not bad. Es gibt hier anscheinend auch serielle Karten. Tatsächlich. Also Karten mit einer Nummer drin. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir da auch eine finden. Drei Displays. Wahrscheinlichkeit ist leider nicht so gegeben. Aber wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht was Cooles finden. Breathe the Last. The Viper. Okay. Okay. Dread Mobile. Der Forest hier hinten mit dem Ding drin. Und diese vollsten Non-Fold-Slippen wieder auseinander. Tune in Narrative. Tatsächlich eine sehr coole Karte. Hier müsst ihr doch. Oh. Noch ein Meltdown in Foil. Diesmal ein Old Border Foil. Oh mein Gott. Hübsch. Hübsch. Necrodormacy. Dominanti. In Foil. Drei Mana. Und man skippt die Draw Step. Und zu Beginn des End Steps kann man dann länge Leben bezahlen. Und so wieder Karten ziehen. Maximal Handladen ist 5. Wenn Karten in Friedhof gehen, werden sie stattdessen exiled. Wird aktuell sehr viel im Legacy getestet. Tatsächlich. Polygolf. Eine der Golf. Hier mit Trampelmyriade. Warte. Dann. Uh. Titan of Fire Fury. Auch der ist richtig steil gegangen. Mit 3 Mana 6. 6. Mit Escape. Wenn er nicht escaped wurde, wurde er geopfert. Und der schießt drei Schaden. Und du bekommst drei Leben. Auch der ist richtig steil gegangen. Und dieses Sidewalk. Jung ist das hübsch. Jung ist das hübsch. Oh. Monument Hedge. Okay. Das hat sich hier. Uh. Flare of Cultivation. Sehr cool. Flare of Cultivation ist eine der Karten, die ich auf jeden Fall haben will. Sehr, sehr cool. Leider hier ein Old Board. Ich hätte sie gerne normal. Wo man einen Non-Token Green Creature opfert und dann das macht. Und ja. Das ist das. Mega. Und dann haben wir das nächste. Die Hälfte haben wir. Es sind ja erst über 10 Minuten drin. Äh. Oh. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Oh mein Gott. Das wird cool. Ähm. Ja. Hier haben wir ein paar lustige Sachen. Osacave. Tatsächlich eine teure Karte. Auch hier ein Foil. Dann haben wir Failed of the Profan. Aber auch hier tatsächlich. Diese Double-Sided Foils sind absolute Rotz. Was geht hier ab? Warum sind Double-Sided Karten auf einmal gecurlt? Ähm. Destroy Tiger, Creenjaw, Planeswalker mit einem Land hinten drauf. Sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Sumpf. Und nochmal dieses Amulett. Consuming Corruption. Äh. Number of Swamps. Okay. Spannend. Shifting Woodlands in Foil. Das war eins der gehyptesten Länder. Und wird aktuell nicht so viel gespielt. Leider. Marsh of the Welleswell. Oh. Was bist du denn? Archway of Innovation. Tappt. Ach, das ist ein Land. Ich dachte, das wäre ein Atefakt. Das ist das Land, das Blaue. Das ist auch nicht schlecht. Zorin. Nice. Ka-ching, ka-ching. Habe ich auch schon gesehen. Schon im Modern, dass der gespielt wird. Der sich in einen Planeswalker verwandelt. Und ich habe ihn auch schon gesehen. Und noch einen Ralf. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Nice, nice, nice. In Foils. Sehr, sehr cool. Und sehr, sehr hübsch. Hier sehr Rot. Und hier sehr Blau. Sehr, sehr, sehr cool. Und sehr hübsch tatsächlich. Vor allem kommt bei mir in der Kamera leider nicht ganz so gut raus. Ich bin dabei, mein Kamerasetup nochmal zu verbessern. Und um die Kamera ein bisschen besser zu machen. Aber das dauert noch. Das tut mir leid. Das dauert noch. So, weiter geht's. Na, komm. Na, komm. Komm doch schon. Dankeschön. Dankeschön. Und unten in den Mülleimer. Das ist so großartig. Warum habe ich das nicht schon früher immer gemacht? Landscape. Wing it. Wing it. Da ist einfach ein Otter drauf, oder? Ist das ein Otter? Ich glaube, das ist ein Otter. Dann Vortex. Hier. Oh, noch eine Borga-Traveller. Auch er hier. Sehr, sehr gut. Der exilten Friedhof in dein Spiel kommt. Mit 3-Mann-3-1. Und ist auf zurückseiten Land. Sehr cool. Die sind generell sehr viele. Sehr cool. Dann haben wir eine Talia, die hier Dinge tut. Sling Gang. Leutnant. In Old Border Foil. Sehr, sehr cool. Für Goblin-Spieler. Sehr cool. Dann haben wir einen Roaring Prophet. Den fand ich Müll. Sage of the Maze. Das ist ein Commander-Deck. Ist ganz nett. Dann haben wir Nardu. Oh, Junge. In seinem komischen Artwork. Auch das eine sehr viel getestet und gespielte Karte gerade. 3-Mann-3-4 fliegend. Und immer wenn sie oder ein permanentes Target wird, dann dürfen wir die oberste Karte des Decks auch decken. Wenn es dann Land ist, ist es ein Spiel bringen. Ansonsten auf die Hand nehmen. Und es kann pro Kreatur zweimal triggern. Das ist so broken. Was bist du denn? Ah, Recurring Nightmare. Das war eine Karte. Kann ich gerade eine coole Story-Teil dazu erzählen. Hier haben sie eine 3-Manner-Karte gedruckt. Als Enchantment. Wo einfach nur Seg-Files-A-Creature returns to the hand. Und erbrennt mir eine Kreatur. Und dann ist denen irgendwann aufgefallen, oh mein Gott, das ist eine Reserved-Disk-Karte. Die können wir gar nicht reprinten. Und haben sie noch ganz schnell diese Karte hier designt. Deswegen fühlt sie sich ein bisschen clunky an. Aber sie hätten fast eine Reserved-Disk-Karte gereprintet. Sehr, sehr witziges Zeug. Und nochmal Narduin-Foil. Noise. Es sind so viele Playable-Karten in diesem Set. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dementsprechend mega. Einfach, einfach mega. Müll weg. Auto kommt jetzt noch vorbei. Aber das ist mir egal. So. Deep-Analysis. Hier ist kein Doppelding drin. Forest. Dann haben wir noch so ein Discharge. Das ist aber dunkel. War das andere auch so dunkel? Sekunde. Ich habe doch hier gerade eben auch so ein Discharge gezogen. Ne. Gleiche Farbe. Ich bin farbenblind. Gut, dass ich nichts mit Medien mache. Dann haben wir einen Goblin-Wizard. Der soll auch ganz cool sein. Emerald-Medaillon. Die sind leider nichts mehr wert. Spawn-Protector. Ich bräuchte auch mal so einen Spawn-Protector. Der Whale. Der wird tatsächlich auch sehr cool gespielt. Mit Vanishing 2. Auch sehr nice. Cozyleg. In Oldport. Aber non-Foil. The Broken Reality. 9-Mana-9-9. Und man manifestet und gibt Kreaturen plus 3, plus 2. Und. Oh. Mein fucking Gott. Thoughtnotseer. In Foil. Manchmal finde ich es schade, dass das Foil nicht so rauskommt. Ich baue da, glaube ich, mal was um. Kann man das hier besser sehen? Hier kann man es besser sehen. Oh mein Gott. Ist der hübsch. Und zwar aus dem. Aus dem Special Guest. Oh. Ist der hübsch. Scheiße. Ich meine natürlich. Großartige Karte. Also. Scheiße. Weil der einfach zu hübsch ist. Und jetzt überlege, ob ich den haben will. Weil alle diese Karten vom guten Lip Lab aka Fabi sind tatsächlich wahrscheinlich sehr schnell bei ihm auf dem Kartmarkt-Account. Dementsprechend, ja. Uh. Spawn Gang Commander. Auch sehr cool. Stump Stow. Da bin ich noch gar nicht so durchgerungen, ob die cool sind oder nicht. Nochmal eine Insel. Hard Evidence. Eine Krabbe. True of the Narrative. Auch sehr cool. Wheel of Potential. Eine Karte, die sehr, sehr stark umfragt wurde. Fragt mich nicht, wie sie funktioniert. Das ist eine Karte, die kann euch ein Judge erklären. These are the Restless. Das ist die Lohgolf-Commanderin. Emperor of the Bones. Das hört mir auch gar nichts. Bloodstained, Mayan, Old Border. Und. Ähm. Was bist du? Ich hab dich nicht mal in den Spoilern gesehen. Emerge Cost equal to its mana cost. Ähm. 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 Okay. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Könnt ihr mir ja mal sagen. Aber bisher fühlt sich dieses Display doch ganz gut an. Ne. Boah. Komm schon. Komm schon. Hahaha. Geöffnet. Ich hab's geschafft. So. Müll weg. Und dann geht's weiter. Thraben Charm. Sehr gute Karte tatsächlich. Mit Enchantment, Grave-Jard und Damage. Ähm. Similar Chrome. Auch sehr gut. Planet Genesis. Auch sehr cool. War and Power Stone. Jetzt war der Nigger. Uh. Der Planes mit dem Eldrasi, der da am rumjumpen ist. Äh. Grace. Irgendwas. Lion Umbra. Plus 3 plus 2. Wachstumkeit und Reach. Wow. Und Umbra Armor. Ui. Das ist gut. Ajani. Oh mein Gott. Deswegen haben wir hinten auch den Token. Den Cat Warrior, den wir hier mit erstellen. Oh mein Gott. Wir haben beides in einem. Kann man zusammen verkaufen. Ist mega. Der Ajani macht hier so einen ganz coolen Move. Blaster Hulk. Okay. So ein Ding. Und hier ist etwas in Rot. Pearl. Ihr Imperial Advisor. Gott. Sie an irgendeinen Disney Cartoon erinnert mich. Diese Katze. Ich weiß nur nicht mehr was. 3x3, 4. Lifeling Enchantment Auras haben. Nice. Wheel of Potential in Foil. Und hier ist noch eine Karte zwischen. Ja. Zu der Karte sage ich gar nichts. Gucken wir weiter. Gucken wir weiter. Na. Ich probiere immer verschiedene Wege, die aufzumachen. Um herauszufinden, ob es noch irgendeinen gibt, der einigermaßen okay ist. Aber es gibt keinen okayen Weg, diese Buster aufzumachen. Es ist alles schwierig. Diese Pulse Strips sind auch am besten tatsächlich geeignet. Gravedigging. Twisted Landscape. Oh, Familiar. Der wird tatsächlich unterschätzt mit 3 Mana 2,1. 4 Mana 2,1 fliegend. Auf eine gesetzte Art der Fakten. Und wenn er ins Spielwerk kommt, dann discartet man der Gegner eine Karte. Ist auch wirklich gut. Da haben wir den grünen Karten. Ist auch nicht bad. Tatsächlich. Forest. Irgendeine Common. Irgendeine Uncoming, die wir gerade eben schon mal hatten. Und ui. Sewing Microspawn. Diese Karte wird aktuell sehr viel gespielt. Und wirklich von vielen Leuten gespielt. Ich habe auch vier Stück bestellt. Weil die wirklich, wirklich gut ist. Horizon of Progress. Ui. Der ist auch nicht schlecht. Tatsächlich. Weil man damit Länderkarten aus der Hand reinmachen kann. Und man kann Karte ziehen. Das ist schon ziemlich gut. Never Golf. What? Gute Karte. Gute, gute Karte mit Escape. Und ist eine der gehyptesten Karten in dem Set. Wind Speptief in Full Art. Und der Storm Drake. Auch das ist eine Art von Reserved List für den Gilded Drake. Und ja. Mega. Mega, mega, mega. Mega, mega, mega. So. Weiter geht's. Oh mein. Es ist einfach dieser Booster. Warum sind die denn so? Shattered Landscape. Glimpse of Impossible. Carmy of Jealous Thirst. Rebirth. Decree of Justice war mal eine Rare. Waterlock Teaching. Ebene. Der Apprentice. Der wird auch viel gekauft tatsächlich. Ist halt ein ganz guter, guter Thing. Disruptor Flute. Auch die wird sehr viel gespielt. Und sehr viel gekauft. Sehr cool. Kaskade Dude. Emerald. Die sehen so hübsch aus. Und sie sind nichts wert. Es ist so traurig. Crumbum Nation. Crab Demon. 6 Mana 5.5. Emerge from Artefacts. Was bist du? Ich hab dich nicht gesehen. Und Fury. Ja. Grüße gehen raus an MTG mit Patrick. Du liebst ja Fury so. Kannst ja vielleicht mal fragen, ob er Liptoff dir die abgibt. Hast ja noch nicht genug aufgemacht. Hey. Tja. Wir starten. Auf. Putt das auf. Putt das auf. Expel the Unworthy. Tenite. Kanzlei's Island. Amber Mage. Holy Heat. Und Foil. Und Border. Geil. Polluted Delta. Nochmal ein Foil. Es sind eine Menge Fettschlein da hier drin. Oh mein Gott. Das ist dieser komische Frosch, der plus 10 plus 10 gibt, oder? Guck dich mal das Artwork an. Das ist weird. Dann haben wir eine Strix. Xenarade. Counter Target. Artefact. Creature. Or Planeswalker. Ganz Kontroll. Okay. Tutu blurt. Sehr coole Karte tatsächlich. Sehr coole. Und Polluted Delta in Full Art. Und Flair of Denial. Eins der Flares noch. Also mit zwei Flares. Unendlich viele Fettschlender. Wirklich super viele Fettschlender. Und ja. Grief and Feud. Ich denke, das ist ganz cool. Ihr könnt selber entscheiden, welches der drei Displays gewinnt. Ich werde am Samstag eine Umfrage auf YouTube starten. Da könnt ihr dann voten, welches von euch das, was ihr glaubt, was das coolste Display wäre. Welches ihr am liebsten gehabt hättet. Oder wer praktisch gewonnen hat. Ich habe da so eine kleine interne Challenge rausgemacht. Ohne, dass die Leute das wissen. Und also noch nicht. Und ja. Dementsprechend könnt ihr da mal reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, guckt mal bei meinem Patreon vorbei. Wenn ihr mich monetär unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr das gerne tun. Patron sind hier die ganzen coolen Leute, die ihr hier seht. Mega, mega nette Menschen. Und vielen, vielen Dank an meine Patrons, dass ihr mich unterstützt. Und vielen Dank auch an LibLab, dass ich das öffnen durfte. Wie gesagt, ihr findet es bei ihm auf dem Channel. Wir sind es dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Au rei Blacksit. Ciao, ciao. Ciao.